Es sind vier Minuten. Ach, die Dinger hier geben Regeneration. Ja, sicher. Moin, Kinder, und herzlich willkommen zu Minecraft Reserv. Heute wieder mit dem sagen und schwogenen Lobbius. Hallo, Leute. So, du mal eine Frage. Und zwar, was bringt nur noch mal der Blood Orb? Der Blood Orb? Ja. Du kannst damit jetzt die Sigils herstellen, oder... Ja, ja, aber ich habe ja jetzt ein Blood Orb hergestellt. Wenn ich jetzt Rechtskrieg drauf mache, verliere ich ja Leben. Geht das direkt in mein Blutaltar rein, oder... Blutnetzwerk. Also, in allem... Du kannst immer drauf zugreifen. Im Blutaltar kannst du... Nee, warte mal. Gar nicht. Nee, doch. Äh, äh, äh. Wie läuft denn das jetzt nochmal? Kann man gerade auch nicht, klar. Weil ich habe jetzt gerade einen Blank Slate in meinem Blutaltar gelegt, aber irgendwie... Ich glaube, ich brauche dafür einen... Also, du willst jetzt einen Blank Slate in einen anderen Slate machen, oder was? Ja, ich mache gerade... In den Hörern. Ja, ich will gerade einen Blank Slate zum... Ähm, Rainforces Slate machen. Brauche ich da schon eventuell den Tier? Ja, da brauchst du schon den Tier. Den Tier 2. Genau. Deswegen klappt das nicht, weil ich will den Stein haben. Die Platte. Wir können uns nämlich dann mit Platten versorgen. Das ist sehr, sehr praktisch. Gegenseitig. Weißt du, was ich meine? Ich bin gerade dabei, Blank Slate zu machen. Mach mit Blank Slate, dann kann ich meinen von Tier 2 auf Tier 3... Warte, dann mache ich noch ein paar Blank Slates. Ich brauche dafür nur schnell den... Äh, nur noch schnell Cuttle Stone. Boah, wie viel Luft geht denn da weg? Alter, ich habe schon die Hälfte wieder verbraten. Wieder auffüllen hier. Ich brauche da halt noch einen Slate. Also, ich muss jetzt schnell doch... Eins muss ich noch schnell machen, damit ich weiß, wie viel ich noch in Blutaltar drinstecken habe. Und zwar, äh, den... Wie heißt denn das Ding nochmal? Division Sigil? Wie heißt das Ding? D-I-V-I. Ah, das Ding. Ja, da brauche ich ja Glas nochmal ganz viel. Ich glaube, das Glas... Habe ich noch so viel? Glas braucht man auch richtig viel, ja. Habe ich noch so viel Glas? Ich habe sechs Glasblöcke, das reicht nicht. Ah. Das ist scheiße. So, 32 Dias läuft bei mir. So, zack. Nächster rein. Okay, ich muss nochmal raus. Ich muss leider nochmal losfliegen. Du hast gesagt, bei dir ist Sand, richtig? Bei mir ist Sand, ja. Okay, wunderbar. Achso, ich habe vergessen, da wieder was reinzupacken. Läuft bei mir. So. Komm, äh, bin gleich da. Bin gleich da. Doch, eh Sand. Ach, da draußen. Außerhalb deines Geistes Sand. Ja, genau. Bauen mir bitte was mit ab. Ich brauche noch fünf Stück. Ne, klar. Chef. Für meinen TNT. Achso, hast du schon so viel Schwarzpulver? Ja, klar. Ich habe vier Stück. Ach ja, ich brauche rote Wolle. Hast du das noch? Äh, ich habe einen. Na, verdoppelt immer bitte. Kann ich den verdoppeln? Weiß ich nicht. Probier's aus. Ich denke mal nicht, ist er zu geil. Nein. Kann man nicht, ne? Schade. Nein. Und Smaragd brauche ich halt dann noch für... Den kann ich dir verdoppeln, ja, warte mal. Ich brauche nur einen Smaragd, oder? Deswegen ja, deswegen verdoppel ich den ja auch. Ne, wie ging das nochmal? Dafür brauche ich gar nicht so viele, genau. Ja, ich habe einen zweiten. Wunderbar, klasse. Ich muss mir nur Bescheid sagen, du kriegst den von mir. Jo, geht klar. Ähm, gut, weiter geht's. Also ich fahre mir gerade Sand ab, was geht, ne? Ja, ist gut. Okay, die Monsterfalle, das ist schon mal ein Schuss in den Ofen für mich gewesen. Funktioniert nicht. Entweder liegt das daran, dass ich hier wohne, dann drunter gleich, dass da nichts bunt, oder... Also normalerweise liegt das daran nicht. Also ich habe es schon in manchen YouTube-Videos gesehen, dass es möglich ist, auch wenn man genau daneben wohnt. Ich weiß es halt nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich heute... ...direkt davor stehen. Ja, ist er, ja. Wir würden ja dann hier runterkommen, aber... Wenn das hier auch reinläuft. Ich weiß es halt nicht. Kriegst du schon hin? So, ich habe echt viel Sand mitgenommen. Leute, ey. Ich stelle mir schon mal ein paar Ruhm her. Ich brauche noch so viel Cleanstone. Das ist unmöglich. Unmenschlich ist sowas. So, also ich habe jetzt über einen Stack an Sand. Sollte wohl reichen. Ich brate das jetzt schnell bei dir. Ich hoffe, du hast genügend Kohle in deinem Ofen. Äh. Dann bleib ich bei dir, dann muss ich nicht jedes Mal zu mir nach Hause laufen. Äh. Was, äh? Äh. Was, äh? Ich habe nicht so viel Kohle. Außer aber. Weißt du was? Ah, guck mal, ich habe noch genügend Cleanstone da gehabt. Also, ich hätte jetzt da, ich hätte jetzt Holz gegeben. Mach Holz, Kohle oder sowas. Aber, wenn es so geht. Achso. Was, ich habe jetzt jetzt hier Cleanstone. Ich mache jetzt mal eben schnell in deinem Blut, Alter. Was? Was? Ja. Oh, das mag nicht. Weiß. So. Ich brauche jetzt erst mal meinen, 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 meinen. Wir finden die, 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 die. Yo, weißt du Bescheid? Ja, ich weiß, was du meinst. Yo. Wir wissen. Sigil. Sechs. Sieben. Ach, habe ich ja. Passt. So, wir schneiden die Workbench. Dann in das da hin. Und dann das so hin. So. Kann ich nachschauen, wie viel. Mal eben nachgucken. Die ich noch in meiner Samenbank habe. 2200 in meiner Samenbank. Ich finde, das ist ein schöner Name. In deiner Samenbank. Genau. Warte mal. Wieso habe ich in vier Minuten. Ach, die Dinger hier geben. Regeneration. Ja, sicher. Sau geil. Kannst du schön füllen. Ja, wieso wollte ich die wohl machen. Aber wie sagst du jetzt, zwei? Äh, die funktionieren nicht. Der andere funktioniert. Also die kann ich hier. Geh mal kurz weg. Kannst du mir den ein Jahr geben. Wenn du willst. Weil ich weiß nicht, ob der funktioniert. Da musst du erst mal aufrüsten. Die aufrüsten. Musst du gucken. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Ähm, der Blutaltar ist auch irgendwann voll. Äh, Sand hast du? Ich schaue gerade nach. 5000 habe ich jetzt ein Blutaltar. Wie viel geht da rein? Ich nehme mir mal kurz 5 Sand von dir, ne? Naja, dann mach ruhig. Wie viel passt denn in so ein Blutaltar rein? 5000 scheinbar nur. Okay. Wie geht da nicht? Bei mir. Also bei mir passen nur 5000 Grad. Oh, nee. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich brauche 5 Schwarzpulver. Hast du noch Schwarzpulver? Ja, ich habe nur 3. Gib mir mal einen, bitte. Ach, einen nur? Einen. Okay. Ich habe, glaube ich, falsch TNT vor Augen gehabt. So, was kann ich denn mit meiner ersten Stufe von... Wart mal. Wie geht denn jetzt da Blatt auf Stufe 2? Welcher ist denn das? So, perfekt. Was? Welcher ist denn jetzt die Stufe 2? Der mit dem hellgrünen Boden oder der mit dem dunkelgrünen Boden? Also, wie heißt denn der Stufe 2? Du meinst den grünen? Den Apprentice-Blutort? Ah, das ist der zweite, oder wie? Ja, das ist der zweite. Okay, dann lege ich mal... Ich gehe mal zu mir nach Hause schnell. Schade, dass wir das Netzwerk nicht miteinander verbinden können. Das wäre geil noch. Ja, das... Eigentlich müsste es ja mit drin sein im Netzwerk. Ich weiß nicht, wie das läuft, wenn das mit anderen Servern ist. Aber du bindest dich ja mit Namen immer an deine Sachen. Ja, richtig. Deswegen können wir uns leider nicht verknüpfen. Außer es gibt irgendwie einen Trick oder einen Zauber oder sonst dergleichen, dass man die miteinander verknüpfen kann. Das wäre natürlich mega awesome. Aber ich bin schon Mana Stufe 9. Das finde ich auch super. Jetzt gehen wir mal runter in den Keller. Ich schmeiße mal den Sparaktstein da davor. Okay, ich brauche jetzt noch 1, 2, 3... Also, der Regeneration Ding. 13 Runen. Der funktioniert echt nicht. Was? Hobo! Der funktioniert nicht, wenn ihr nicht hier habt. Boah. Bleib doch mal drin. Ich hoffe, meine Kohle reicht noch bis dahin. Du bist nicht am Ofen, oder? An meinen? Ne, ich bin hier gerade. Aber ich habe wohl bemerkt, vergiss nicht, ich habe noch ein bisschen was bei dir drin. Ach, scheiße, ich kann den Blattort 2 ja erst machen, wenn ich Blatt... Ich packe das in meine... Kannst du meine Kiste zu? Nein, darfst du ja nicht, ne? Egal, sag Bescheid, wenn du da bist. Hast du meine Frage gehört? Nein, was? Meine Frage war gerade eben, ob das geht. Was denn? Zeitlich? Passt alles? Nein, nein, jaja. Zwecks dem... Nein, wie heißt es denn? Ich brauche einen zweiten... Tierstufe 2 beim Blutaltar, um den zweiten Blattstone zu machen, oder? Ja. Weil er zieht keine Mücken. Wieder los. Was brauche ich dafür als Unterboden? Du brauchst Runen. Die ich gerade mache. Nein, um Blutaltar 2 zu machen, was brauche ich dafür? Runen. Den ich mache. Nee, Runen. Gib mal Runen ein. Echt? Und dann einfach nur Blutrunen. Nichts anderes von den Runen hast du da findest. Einfach nur normale Blutrunen. Ach, du kacke. Normalen Stein. Blank Slates. Ach, du lieber Herrgott. Im Hebel. Oh nein. Denk mir doch. Nenn. Willst du das jetzt sagen? Nein. Gut. Du hast mir gespart. Gott, da braucht man ja voll viel... Also echt, das ist ja krass, wie viele Blank Slates du brauchst. Ich sag es ja. Du brauchst ja richtig viele. Also bin ich hier wohl gerade richtig am Arbeiten. Alter Vater, ist ja nicht mehr normal. Und am Blut spenden die ganze Zeit. Übel. Boah, ernsthaft? Boah, ich bin schon wieder... Ich kriege gleich einen Anfall. Ich kriege gleich einen Anfall. Wieso mache ich das jedes Mal dasselbe? Jedes Mal baue ich dagegen. Also irgendwie ist nix in mein Blutnetzwerk gegangen. Das Division Sigil kann einmal dein Blutnetzwerk abfragen und dein Blutaltar, ne? Nicht wundern, falls irgendwo Null steht. Würde sie nur gesagt haben. Ja, ich habe 5000 dastehen, aber ich glaube, das ist mein Bloodop gewesen. Wie kann ich denn meinen Blutaltar abfragen? Du musst vor deinem Blutaltar stehen und dann... Ah, da. Da passen 10.000 rein. Ja. 1500 sind gerade mal drin. Und wie kriege ich das Zeug von meinem Blutort da rein? Gar nicht, ne? Hast du jetzt schon Stufe 2? Oder bei wem? Nein, habe ich noch nicht. Ich brauche ja die Blankslates noch und allem. Und bei dir passen 10.000 rein? In den ersten Tier 1, ja. Bei mir passen auch... In den Tier 2 passen auch 10.000. Das ist auch der Tier 2, bist du sicher? Ja, bei mir steht hier 2 drauf. Wenn ich rechtsklick mit den Divisions Sigil mache. Okay. Das wundert mich halt gerade. Egal. Mach weiter. Aber jetzt habe ich noch die Regenerationsstufe. Habe ich wenigstens noch. So, dann machen wir uns gerade mal wieder ein paar... Dingens hier. Ein paar Runen. Oh, jetzt habe ich... Oh, ich habe schon wieder vergessen. Ich bin so ein Hammel. Ich kriege zu viel. Ich habe zu viele Sachen einfach bei mir. Robin ist ein Hammel. Oh. Ich schaffe das glaube ich nicht mehr mit meinem Tier 3. Wie viel ist denn da jetzt noch im Blut, Alter? Wie viel frisst denn das dann? Also ich habe jetzt fast 10.000 drin. Alter, meine Clean Stones sind im Arsch. Ich habe keine mehr. So, jetzt ist das voll. Also jetzt... Mehr geht einfach nicht. Wieso brauchen wir denn immer eine klare Hand? Okay, das wird wohl... Doch, das geht. Gut. Lobios, du machst das gut. So. Oh. Knispa, knispa, knuspa. Knispa, knuspa. Knuspa. Und wieder einen. So. So. Und für den Boden... Wie viele Steine kriege ich denn da eigentlich raus, wenn ich jetzt einen... So einen Block herstellen will? Kommen da mehrere Blöcke raus oder kriege ich da nur einen? Wo meinst du jetzt? Ja, um diese Blood Rune zu machen. Einen. Ich kriege einen einzigen? Ja. Sind die behindert oder so? Dafür kann ich doch nichts. Ich mache das nicht. Ich mache den noch nicht. Die sind doch bescheuert. Was sind das für Kackpratzen, Alter? Wie gesagt, ich mache das. Sind die nicht mehr ganz baller-baller? Ich mache die Regeln nicht. Und wie viele brauche ich davon? Dann brauche ich ja drei, sechs, neun, oder? Wie viele brauchst du denn? Neun. Neun braucht man, oder? Um Tier 2 zu machen. Neun, acht. In der Mitte kommt keiner hin. In der Mitte bleibt Loch, oder was? Ja. Alter, ne, ich bin nicht dein Ernst. Äh, doch. Die haben doch gesoffen. Ja, das kann sein. Ey, die haben doch echt gesoffen. Ja, senkt es sich so eine Kacke aus. Wobei, dann ist das halt auch echt obermächtig, das Zeug. Das ist ja auch obermächtig, wenn du es richtig hinkriegst. Ja, ja, das kriege ich hin. Ja, ja. Ja, das schaffe ich. Ich will ja extra Tier 3 machen, damit ich, ähm, andere Runen machen kann, womit ich dann mehr Speicher habe auf meinem Blutalter. Dann kann ich halt noch mehr powern. Später mit meinen TNT. Okay. Dann werde ich nur noch abgehen, ey. Okay, also die Folge ist jetzt echt damit nur beschäftigt, jetzt sind hier Blankslates herzustellen. Ja. Ei, 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 ei. Bei wie vielen Minuten sind wir? Äh, bei 13. 14. Oh, ja. Können wir ja noch ein bisschen. Können wir ja noch ein bisschen. Wie viel Energie habe ich denn jetzt noch in meinem Blutalter? Weiß ich gar nicht. Muss mal kurz nachgucken. Weil viel ist es auch nicht mehr, glaube ich. Bei mir ist es immer fast voll, obwohl, gar nicht. Ich habe noch 5000 drin. Aber ich regeneriere ja die ganze Zeit. Boah, ich brauche noch 8 Stück. Das wird eng. Zeitlich war es eng. Was brauchst du 8 Stück? Von den Runen brauche ich noch 8 Stück. Ich werde auch noch welche her. Wenn das wenigstens funktionieren würde, das Ding. Zack. Ich brauche mehr Clean Stones. Wie funktioniert denn das Teil nicht? Sagen wir mal. Wie viel denn? Warum ist das Ding denn kaputt? Das Ding ist kaputt. Wer ist das Bumumum? Wer ist das Bumumum? In der nächsten Folge werde ich dann mal ein TNT ausprobieren an Monstern. Du böser Schiff, du. So, ich habe jetzt 3. 3 Blood Rune. Weißt du, was ich tun werde, wenn du den Blutorb in dein Altar reinpackst, sorgt er sich auch mit Lebensessenz voll, ne? Ja, und jetzt habe ich den ja unterwegs dabei. Was bringt den denn mir dann? Dass ich unterwegs Energie habe zum Kämpfen? Ja. Ich dachte, mein Blutaltar bringt mir sowas. Auch ohne den Blutorb. Oder kann ich die Energie außerhalb nicht nutzen? Nur ein Blutorb. Ja, ich glaube nur ein Blutorb. Wo war das? Ach so. Jetzt verstehe ich die ganze Mechanik auch endlich mal. Hat ja eine Weile gedauert. Muss ich zugeben. So, wo ist mein ganzer Clear Stone? Clean Stone? Oh nein. Äh, hallo? Hä? Wo ist mein Clean Stone? Welcher Clean Stone? Ich habe Scuddle Stone hier überall reingepackt. Was ist das? Und mein ganzes Glas, frage ich mich auch. Dein Glas, das habe ich hier. Das war hier. Wo? Ja, und wo ist mein Clean Stone? Ich habe Clean Stone da reingepackt. Ich habe bei die Cuddle Stone reingepackt und das nicht zu knapp. Echt? Ich habe gar nicht, ich hätte hier, da ist sowas. Weil ich brauche das Zeug, ja. Ich brauche es ja auch. Ja, ich brauche es ja auch. Ah, ich brauche Clean Stone. Oh ja, ich auch. Ne, das brauche ich. Deswegen habe ich ja auch 5 Milliarden Öfen in meinem Haus stehen. So. Das passt erst mal von der Kohle. Was, du hast Geld? Ich habe kein Geld. Ich brauche auch Geld her. Ich glaube, du ziehst mich gerade richtig ab, ne? Klar, logo. Läuft. Ich brauche immer noch. So. Oh, im Ernst jetzt. Wieso muss es denn lecken? Wieso muss es denn lecken? Mir leckt gar nichts. Ich bin so glücklich. So, mach jetzt nochmal schnell. Dann kann ich schon mal eine Rune fertig machen. Oh. Ich habe vier. Ich brauche nochmal vier. Ich habe gerade mal die Hälfte fertig. Hä, ich habe ja zwei Rune. Wieso brauche ich die nicht da hin? Ich habe... Ich habe zwei Rune. Baue sie aber nicht hin, weil ich dumm bin. Boah, das frisst ja unglaublich viel Lebensenergie. Hä? Krass, wie viel das abfrisst. Boah. Geil, ne? Ist das übel? Ne, ich rede von... Ist das übel, wie viel das... Der Blutalter hier einfach mal wegfrisst. Ich weiß. Ist doch geil, oder? Ne. Gar nicht geil. Boah. Ich weiß das nicht ohne Grund weg. Ja. So. Mach Bananarama hier. Machen wir nochmal hier voll. Phrase den Apfel. Und dann brauchen wir wieder Blank Slates. Blank Slates, Blank Slates, Blank Slates. Blank Slates. Blank Slates. Gar nicht, wir brauchen... Wir haben hier Blank Slates. Ich glaube, das sollte sogar reichen. Sechs Stück. Ja, das reicht. Jo. Boah, das ist ein Gefägel hier. Ist nicht mehr normal. Nicht so ein Ausdrück hier. Ich glaube ja wohl. Ich darf das nicht in der Falle. Im Ernst, jetzt kommt auch noch Kalister. Ach, Mann. Hast du dein Tier... Machst du jetzt ein Tier 3 oder 2? 3. Wow. Gibt's ja jetzt Gas. Ups, ich hab mich verbaut. Was? Du gibst ja jetzt Gas, sag ich. Wieso die anderen Namen, glaube ich. Also, Daluman, ich hab schon Tier 3. Was ist der Scheiß? Bin ich aber nicht sicher. Aber naja. Ich hoffe, dass es auch stimmt, alles, was ich hier mache. Ich hoffe, dass es stimmt, was ich jetzt hier gerade noch mache. Ich brauche acht Stück. Das ist Nummer sechs. Oh. Das ist erst Nummer sieben. Och, Meno. 900, 800, 800. Noch zwei Stück. Alter, das fräst und fräst und fräst. Und gleich ist mein Blutartal wieder leer. Ich hab's gleich geschafft. Noch zwei. Mal was essen. So, dann halten. Oh, okay, gut. Leute, das war's dann wohl wieder mit der Folge. Ich hoffe, Sie haben euch gefallen. Schaut auch beim Lobius vorbei. Und ansonsten bleibt mir noch eins zu sagen. Bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.